Stich für klare Botschaften, besonders an Deutschland. Und stick the finger to Germany and say, well, you can now solve this problem by yourself. Vor für Varoufakis, Szene 15, Take 12. Hier kann man zum Beispiel sehen, die können die Hand einfach frei platzieren, um zu sehen, wo genau sie dran passt, ob der Arm noch länger sein muss oder kürzer. Weil wenn wir es einfach dahin setzen, offensichtlich der Arm viel zu lang ist. Da arbeitet man natürlich viel mit Tricks, sodass es einfach realistisch aussieht, indem man einen Motion Blur drauflegt. So funktioniert das natürlich viel besser.